Kapitel 11 Was Victor zum Abschied gesagt hatte, ging Nick den ganzen Heimweg über nicht aus dem Kopf. Dass das Spiel sich vielleicht an denen rächen wollte, die es beim letzten Mal gestoppt hatten. Dann musste es aber auch Victor selbst im Visier haben. Emily. Adrian. Es war dunkel, als er vor seiner Haustür ankam. Vor ein paar Minuten waren die Straßenlaternen eingeschaltet worden. Nick kramte in seine Jackentasche nach den Schlüsseln und fand erst nur die fürs Auto. Wo zum Teufel war der für die Wohnung? Er trat ein Stück zurück, direkt unter die Leuchte und sah im gleichen Moment eine Bewegung links von sich. Eine Gestalt wandte sich ab, steckte hastig etwas in die Hosentasche und lief davon. Nick ahnte Böses. Er konnte sich gut daran erinnern, wie er selbst einmal jemandem aufgelauert hatte und er wusste auch noch, zu welchem Zweck. Da waren die Schlüsse. Na endlich. Er stieg die Treppen hoch und sperrte seine Wohnungstür auf, merkte erst jetzt, dass er sich bemühte, leise zu sein. Als würde jemand hier warten, der nicht mitbekommen durfte, dass Nick fort gewesen war. Das Smartphone lag noch unter dem Wäscheberg. Ein entgangener Anruf von Finn. Eine WhatsApp-Nachricht von Jamie. Datenrettung geklappt? Er schrieb zurück, dass alles gut gegangen sei und tippte dann den Kontakt seines Bruders an, um ihn zurückzurufen. Doch statt eine Verbindung aufzubauen, schaltete das Handy sich ab. Nick fluchte erst innerlich, dann laut. Aber vielleicht hatte das nichts zu bedeuten. Vielleicht war nur der Akku leer. Er hängte das Gerät ans Netz, wartete ein paar Sekunden und versuchte, es wieder einzuschalten. Zu seiner Erleichterung leuchtete das Display auf, allerdings zeigte es nicht seinen üblichen Bildschirmhintergrund, sondern ein Foto, auf dem Nick selbst zu sehen war. Unter der Straßenlaterne vor seiner Haustür, wie er nach dem Schlüssel kramte. Wo warst du? stand in roten Lettern darunter. Fassungslos betrachtete Nick das Bild. Wer es geschossen hatte, war klar. Er hatte ihn ja noch weglaufen sehen. Aber dass das Spiel so schnell reagierte, so schnell die richtigen Schlüsse zog... Ich war nur kurz draußen, murmelte er. Die Schrift veränderte sich. Du lügst! Du hintergehst uns! Du solltest es besser wissen! War das möglich? Das war nicht möglich, oder? Das Spiel blöffte. Es konnte nicht wissen, wo Nick den Nachmittag verbracht hatte, nachdem er sein Telefon zu Hause gelassen hatte. Wie um seine Theorie zu bestätigen, verschwand das Foto. An seiner Stelle erschien der normale Bildschirmhintergrund, inklusive aller Apps. Erleichtert legte Nick das Handy auf den Schreibtisch und überprüfte mit nervös klopfendem Herzen, ob die Überspielung der Tapas-Bilder vom Vormittag auf dem Offline-Computer geklappt hatte. Ja, stellte er fest, alles da. Also würde er sich jetzt Tee kochen und dann mit der Bearbeitung beginnen. Danach würde er massenhaft Backups anlegen. Mit nervösem Flattern im Bauch steckte er seinen Online-Computer wieder an, fuhr ihn hoch und erwartete, dass sich das Spiel sofort melden und über das Kappen der Stromversorgung beschweren würde. Doch nichts dergleichen geschah. Das war ein gutes Zeichen. Er schaltete den Rechner wieder aus, stellte sich ans Waschbecken und schaufelte sich eiskaltes Wasser ins Gesicht, um die Müdigkeit zu vertreiben. Erebos hatte ein paar erstaunliche neue Kunststücke auf Lager, aber er würde sich nicht unterkriegen lassen. Er hatte schon jetzt Wege gefunden, das Spiel auszutricksen. Er trocknete sich ab und lächelte. In gewisser Weise war er ein zweites Mal als Sieger aus dem Kampf hervorgegangen. Um zwei Uhr nachts sah er bereits doppelt und konnte sich kaum noch aufrecht auf seinem Stuhl halten. Aber er hatte von jeder der Speisen eine gute Aufnahme herausgesucht und bearbeitet. Der Ordner mit den 48 Bildern war auf drei verschiedenen Datenträgern gespeichert und Nick würde jetzt schlafen gehen. Er streckte sich, gähnte herzhaft und rieb sich die Augen. Als er sie einige Sekunden später wieder öffnete, leuchtete ihm der Monitor seines Computers mit einer roten Aufforderung entgegen. »Komm her!« Nick schüttelte bloß den Kopf, schluckte hinunter, was ihm auf der Zunge lag, »du kannst mich mal«, und zog sich nicht einmal die Jeans aus, bevor er sich aufs Bett legte. Er musste sofort eingeschlafen sein, denn er hatte das Gefühl, es war kaum Zeit vergangen, als er mit einem unterdrückten Schrei wieder hochfuhr. »Waren das Sirenen? Eine Alarmanlage?« Orientierungslos blickte er sich im dunklen Zimmer um, fand automatisch die einzige Lichtquelle, seinen Computermonitor. Vom Schreibtisch her kam auch das furchtbare Geräusch, das sich nun veränderte und immer schriller wurde, bis es sich anhörte wie der Verletzungston aus dem Spiel. Nick taumelte zum Computer und schaltete die Lautsprecher aus. Einer der Nachbarn klopfte gegen die Wand. Kein Wunder. »Tut mir leid«, murmelte Nick, er würde sich morgen im Haus entschuldigen gehen müssen. »Die Zeit wird knapp«, stand auf dem Bildschirm. »Wenn du dich widersetzt, wirst du die Folgen zu tragen haben.« Kaum zu einem klaren Gedanken fähig, vergrub Nick das Gesicht in den Händen. Er hatte den Rechner abgeschaltet, ganz sicher. Ab sofort würde er ihn auch vom Netz nehmen, und wenn er sich dann nachts wieder selbst in Betrieb nahm, würde Nick endgültig an Zauberei glauben. »Was willst du?«, flüsterte er. Musik setzte ein, verlockend und unheimlich zugleich, denn eigentlich waren alle Töne abgestellt. »Dass du kämpfst«, erklang die heißere Stimme des Boten. Das Gefühl des Triumphs vom früheren Abend war verschwunden. »Meinetwegen, okay, aber nicht jetzt, ich muss schlafen. Ich kann kaum noch die Augen offen halten.« Die Schrift auf dem Monitor verschwand, bis auf den ersten Satz. Dann erschien ein Zähler mit Stunden, Minuten und Sekunden. »Sechs Stunden, null Minuten, null Sekunden.« »Fünf Stunden, neunundfünfzig Minuten, neunundfünfzig Sekunden.« »Fünf Stunden, neunundfünfzig Minuten, achtundfünfzig Sekunden.« Und so weiter. Nick begriff. Eribos erlaubte ihm, sechs Stunden zu schlafen. Dann würde es ihn unzweifelhaft wecken. Wahrscheinlich wieder mit einem Ton, als würde Katastrophenalarm ausgelöst. »Passt doch,« dachte er, während er die paar Schritte zum Bett zurückstolperte. »Eine einzige Katastrophe, das Ganze.« »Die Zeit wird knapp,« pulsierte die Schrift hinter seinen geschlossenen Lidern. Doch bevor er noch begann, sich zu überlegen, was damit gemeint sein sollte, war er bereits wieder eingeschlafen. Entgegen allen Erwartungen weckten ihn sechs Stunden später keine Alarmsirenen, sondern sanfte Gongs wie von tibetanischen Klangschalen. Er setzte sich benommen im Bett auf, während die Erinnerung an den Vortag tröpfchenweise zurückkehrte. Er hatte die Fotos bearbeitet. Heute musste er sie an das Restaurant schicken. Immer noch schlaftrunken tappte er zum Computer und schaltete die Gongs aus, bevor er sich ins Badezimmer schleppte. Beim Zähneputzen begann er, Strategien zu entwerfen. Er würde die Fotos nicht von zu Hause wegschicken, sondern von der Uni. Den Computer, den Eribos für sich in Beschlag genommen hatte, würde er überhaupt nicht mehr verwenden. Er musste irgendwie an einen neuen kommen und den nach allen Regeln der Kunst gegen Schadsoftware absichern. Sein Handy wäre er am liebsten auch losgeworden, aber es war ein teures Modell, ein Geschenk seiner Eltern. Es zurückzusetzen war eine Möglichkeit, aber er glaubte nicht, dass er das Spiel damit loswerden würde. Dafür würde der Versuch als Akt der Rebellion gewertet werden. Todsicher. Er spuckte Zahnpasta ins Waschbecken, spülte sich den Mund und kehrte zu seinem Schreibtisch zurück. Wir warten auf dich, stand in den verhassten roten Lettern auf dem Monitor. Die Zeit wird knapp. Die Zeit wofür? fragte er gereizt. Worum geht's denn diesmal? Keine Reaktion, obwohl nix sicher war, dass Eribos ihn gehört hatte. Das tat es seit seinem Wiederaufleben ja immer, wenn er nicht umfassende Vorsichtsmaßnahmen traf. Seufzend drehte er dem Computer den Rücken zu. Er würde jetzt duschen und dann zur Uni fahren. Die Fotos schicken und an seinem Projekt weiterarbeiten. Sollte er sein Handy mitnehmen? Als er gewaschen und frisch rasiert aus dem Badezimmer zurückkam, hatte das Spiel doch noch geantwortet. Tod! Stand auf dem Monitor geschrieben. Sonst nichts. Aha, es ging also um Leben und Tod. Das war ja wahnsinnig originell. Unschlüssig nahm er sein Smartphone zur Hand. Sollte er es mitnehmen. Es hier lassen. Es würde garantiert wieder die ganze Zeit vibrieren und ihm auf die Nerven gehen. Am klügsten wäre, sich wenigstens eine neue SIM-Karte zuzulegen. Eine andere Nummer. Würde das reichen, um sich Eribos vom Hals zu schaffen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hatte es sich schon irgendwie in die Hardware gefressen. Um aus der Sache rauszukommen, musste Nick wohl alle seine Geräte austauschen, und das konnte er sich nicht leisten. Er wog das Smartphone in der Hand und steckte es schließlich ein. Dann griff er sich den Stick mit den Fotos und war aus der Tür, ohne noch einen letzten Blick auf den Computermonitor zu werfen. In der U-Bahn wartete er die ganze Zeit über darauf, dass sich das Handy bemerkbar machen würde, mit Vibrationsalarm oder drohenden Botschaften. Doch nichts dergleichen geschah. Er warf immer wieder prüfende Blicke auf das Display, aber Eribos verhielt sich ruhig. Auch in der Uni machte das Spiel keine Mätzchen. Nick setzte sich in den Computerraum der Bibliothek und überspielte die Fotos auf einem Server, schickte Manuel und Luis eine Nachricht mit dem Link und erhielt kurz darauf die freudige Rückmeldung, dass sie die Bilder perfekt fanden. »Gute Arbeit!« Hinter ihm war die kurze, rundliche Gestalt von Burt aufgetaucht, ebenfalls Fotostudent. Sie hatten gemeinsam das Seminar für Veranstaltungsfotografie besucht. Er betrachtete mit gerunzelter Stirn das Foto mit den Ziegekäsehäppchen, das noch geöffnet war. »Danke!« »Wo treibst du eigentlich immer diese Jobs auf?« »Ab und zu könnte ich sowas auch gebrauchen.« »Aber hey, ich fotografiere übernächstes Wochenende das Konzert von Heavy Load. Sie spielen im Star of Kings. Hast du Lust, auch hinzukommen?« »Oh, sorry.« Burt zog sein Handy hervor, das eben drei langgezogene Töne von sich gegeben hatte. Sein Gesichtsausdruck wechselte innerhalb von Sekunden von fröhlich zu verblüfft. Er hob kurz den Blick und senkte ihn wieder auf sein Display. »Äh, sag mal, hast du es dir mit irgendjemandem hier verscherzt?« »Was?« Nick begriff nicht, was Burt meinte. »Nicht, dass ich wüsste, warum?« Ohne ein weiteres Wort hielt Burt ihm sein Handy vor die Nase. »Halte dich fern von Nick Dunmore. Er ist ein Lügner.« Kein Name, der den Absender verriet. Nur eine Zahlenabfolge, die viel zu lang war, um eine britische Telefonnummer sein zu können. »Äh, tut mir leid, verstehe ich nicht«, stammelte Nick. Er blickte sich um. Wer hatte ihn und Burt gemeinsam beobachtet? Wer wusste, dass sie in diesem Moment zusammenstanden? Burt zog hörbar die Nase hoch und schüttelte dann den Kopf. »Egal, ich gebe sowieso nichts auf anonyme Nachrichten.« Er sah betreten zu Boden. Dann ging er, ohne seine Einladung von vorhin zu wiederholen. Nick trennte den Stick vom Computer und zog ihn ab. »Er ist ein Lügner.« Wie bekam das Spiel es hin, diese Nachricht ausgerechnet an die Person zu schicken, die gerade neben ihm stand? Oder, auch ein sehr erbaulicher Gedanke, hatte es alle Leute in seinen Kontakten vor ihm gewarnt? Er warf sich seine Jacke über und stand auf. Er würde morgen erst an seinem Projekt weiterarbeiten. Erebors nahm es offenbar persönlich, dass er nicht wie versprochen heute Morgen gespielt hatte. Bevor es weiteren Schaden anrichtete, würde er eben ein paar Monster verkloppen. Oder nochmal in den Brunnenschacht steigen. War doch egal. Er war eben aus dem Unigebäude getreten, als sein Telefon läutete. Nicks Herz machte einen Sprung. Es war die Melodie, die er für Claire eingestellt hatte. »Somebody to Love« von Queen. Was er gleichzeitig kitschig und angemessen fand. Endlich passierte etwas Gutes. Sie war es, die sich nach vier Tagen meldete. Das hieß, es lag ihr doch noch etwas an ihm. »Claire, schön, dass du anrufst. Ich hätte mich sonst später auch...« »Du bist so ein riesiges Arschloch!« Er stutzte. »Ich wollte sagen, ich hätte mich auch gemeldet. Tut mir leid, wenn...« »Ach, aber du hast dich doch gemeldet«, fauchte sie. »Und wie du das hast! Und du warst ja wirklich deutlich. Wann ist dir denn klar geworden, dass dir mein IQ nicht hoch genug ist?« Nick schnappte nach Luft. »Wie bitte?« »Ach, du hast es schon vergessen? In einer knappen halben Stunde? Dass dir Intelligenz bei Frauen wichtiger ist als ein hübsches Gesicht? Und so hübsch wäre meins ja schließlich auch nicht?« Es war ein Gefühl, als würde es ein ganzer Körper taub, mit Ausnahme des Magens, der sich schmerzhaft zusammenkrampfte. »Sowas würde ich nie behaupten. Ich finde, du bist beides. Intelligent, hübsch und überhaupt wunderbar. Das solltest du eigentlich wissen. Woher hast du denn diesen anderen Quatsch? Aus einer SMS? Na WhatsApp-Nachricht? Wenn ja, dann war das nicht von mir. Jemand muss mein Handy gehackt haben. Du stellst dich absichtlich dumm.« Claire sprach so leise, dass er sie kaum verstand. »Ich hatte diese Nachricht auf der Sprachbox. Von dir. Glaubst du, ich erkenne deine Stimme nicht?« Nick öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Was Claire da erzählte, konnte nur ein Irrtum sein. »Ich hab dich nicht angerufen«, stammelte er. »Ehrlich, keine Ahnung, wie das. Du bist so feige, Nick. Steh doch wenigstens zu dem, was du sagst. Kann ja sein, dass es dir jetzt leid tut. Aber Lügen macht es nicht besser.« Er atmete tief durch. »Können wir uns sehen? Jetzt gleich?« Sie stieß ein kurzes Lachen aus. »Eigentlich habe ich darauf überhaupt keine Lust. Außerdem muss ich arbeiten. Bitte, nur fünf Minuten. Ich komme zu dir ins Café, okay?« Er hörte sie seufzen. »Mir wär lieber, du würdest es bleiben lassen. Aber wenn du meinst...« »Okay, bis gleich.« Nick stopfte sein Handy in die Jackentasche und begann zu rennen. Eine U-Bahn-Fahrt und 20 Minuten später betrat Nick keuchend das Notes. Claire stand hinter der Bar und fabrizierte eines ihrer Kaffee-Kunstwerke. Sie blickte nur kurz auf, als er eintrat. Es war besser zu warten, bis sie fertig war. Nick trat von einem Bein aufs andere. Er war so nervös, als hätte er tatsächlich etwas falsch gemacht. Dabei war in dieser Sache ganz klar er selbst das Opfer. Als er sah, dass Claire sich die Hände abtrocknete und ihrem Kollegen das Tablet mit der fertigen Bestellung übergab, trat er näher. Sie sah ihm ohne ein Lächeln entgegen. »Hi, können wir kurz rausgehen?« »Weiß nicht.« Sie ließ ihren Blick durch den Raum schweifen. »Ist ziemlich viel zu tun gerade.« »Bitte, nur fünf Minuten.« Sie zuckte mit den Schultern und ließ Nick vorangehen. Draußen lehnte sie sich mit vor der Brust verschränkten Armen gegen die Mauer. »Ich verstehe nicht, was passiert ist,« begann Nick, »aber ich war es nicht, der dir auf die Sprachbox gesprochen hat. Glaub mir das, bitte.« Sie sah ihn nur an, wortlos. »Wenn ich es gewesen wäre, wenn ich wirklich gemeine Dinge zu dir gesagt hätte, warum würde ich dann hier stehen? Dann würde mir doch nichts an dir liegen. Das ist doch logisch, oder?« Immer noch schweigend zückte Claire ihr Smartphone und entsperrte es. Sekunden später hörte Nick sich selbst sprechen. »Hi, Claire. Wir haben ja jetzt ein paar Tage nichts voneinander gehört. Und um ehrlich zu sein, ich glaube, das ist ganz gut so. Was ich damit meine, du fehlst mir nicht. Ich habe nachgedacht. Und es ist einfach so, dass ich lieber mit jemandem zusammen sein würde, der mehr im Kopf hat. Ist mir wichtiger als ein hübsches Gesicht. Und so extrem hübsch ist deins ja auch wieder nicht. Sorry. Also lassen wir es dabei, okay? Mach's gut.« Nick war schwindlig geworden. Er musste sich mit einer Hand an der Wand abstützen. Die Stimme, die all dieses Zeug von sich gegeben hatte, war seine eigene. Daran bestand kein Zweifel. Die Nummer, die Claire's Display anzeigte, gehörte ebenfalls ihm. Natürlich glaubte sie, dass auch die Nachricht von ihm gekommen war. Nur, dass das eben nicht stimmte. Außer er verlor den Verstand und telefonierte ohne davon zu wissen. Claire sah ihn ruhig und abwartend an. »Ich war das nicht«, krächzte er. »Aber ich verstehe, wenn du mir das nicht glaubst.« »Aha«, sie lächelte spöttisch. »Tust du das?« »Tja, ich müsste wirklich so wenig im Kopf haben, wie du denkst, wenn ich dir die Nummer abkaufen würde, die du hier abziehst.« Nick schloss die Augen. »Hätte er ihr geglaubt, im umgekehrten Fall?« Er wusste es nicht. Er wäre verletzt gewesen, getroffen und auf jeden Fall nicht gewillt, sich an der Nase herumführen zu lassen. Einen Moment lang war er versucht, ihr von Eribos zu erzählen, was passiert war, als er noch Schüler gewesen war und was jetzt offenbar wieder geschah, diesmal gegen seinen Willen. Nur würde er damit die Regeln brechen, und er bekam ja gerade zu spüren, dass das Spiel keine Hemmungen hatte, sein Leben zu ruinieren, wenn er sich widersetzte. Doch zumindest Claire sollte nicht darunter zu leiden haben. »Ich kann dir nicht erklären, wie das passiert ist, aber ich weiß, dass du klug und schön und insgesamt ziemlich perfekt bist. Ich wollte nie den Kontakt abbrechen, und du hast mir die letzten Tage sehr gefehlt. Wenn du mit mir nichts mehr zu tun haben willst, kann ich es nicht ändern, aber ich hoffe, du überlegst es dir noch.« Zum ersten Mal sah sie nun verunsichert aus, warf einen Blick zurück ins Lokal, dann wieder auf Nick. »Ich muss weiterarbeiten«, sagte sie leise. »Und ich möchte gerne in Ruhe nachdenken. Ruf mich erstmal nicht an, okay? Und schreib mir nicht.« Es war so bodenlos unfair, dass Nick kaum Luft bekam. »Okay«, presste er heraus. »Wenn du das wirklich so willst. Aber bitte glaubt mir, ich war das nicht, und du bedeutest mir viel.« Sie lächelte, immerhin, auch wenn es kein warmes Lächeln war. »Wir kennen uns gerade mal drei Monate. Ich muss mir erst überlegen, wie es weitergeht. Ich melde mich dann.« Sie drehte sich um und ging zurück ins Café. Nick blieb noch einige Sekunden reglos stehen. Dann setzte er sich ebenfalls in Bewegung. Er konnte sich nicht mehr erinnern, wann er das letzte Mal so wütend gewesen war. Er würde das verdammte Spiel in Grund und Boden rammen.